La Baby Na klar Digga Immer wieder gerne Mami One Digga Der Hauw ist mal weiter geschockt ganz ehrlich Jo Ich konnte Wochen und nächsten lang nicht schlafen Schnell zum Ace Auch schon wie die Burg zu ins Wasser gesetzt ist Oh ich muss mal da lang fahren Ich habe mir erlaubt die Fernterminals des Bettcomputers zu aktivieren Oh was ist das jetzt? Was ist Bettmobil? Wahrscheinlich kannst du ein Auto holen Was ist Bettmobil gibt es jetzt? Glaub ich Wahrscheinlich nur ein neues Auto ne? Kann man es jetzt holen Ich guck's Haben wir ein neues Auto glaub nicht ne? Weiß ich nicht? Achja was ist denn jetzt? Da muss man hin Wenn du versuchst mich loszuwerden dann bin ich gleich wieder da Sehr kreativer Spruch Ja ich hab mich gar nicht Boah ne Da müssen wir so hin Warte hier sind wir und da Was ist das? Captain Boomer Wollt ihr noch vernichten? Muss vielleicht glaube ich hin glaube ich ne? Ja da brauchen wir ja einfach nur bis zurücklaufen Da brauchen wir ja gar kein Auto Was hast du denn jetzt? Karte? Fahrzeuge Hä? Achso ok Machen wir mal raus da genau Müsst ja eigentlich nur da wieder zurücklaufen Ja noch zwei Fahrzeuge hier stehen Ne wir müssen da ist es doch Guck mal also ich lauf da jetzt hin Glaub ich spinne Hä hier ist doch ein Navi Ja aber guck doch mal Da ist er doch Wenn du versuchst mich loszuwerden dann bin ich gleich wieder da Schon wieder der kreative Spruch Was soll der Typ jetzt? Ist das ein Wächter oder sowas? Werter? Ich glaube er will auf die Fränse Hä was hast du ein Perla Elektroarm zu Machst du jetzt ein bisschen Pfeffer unterm Arsch wa? Oh der Typ regt mich jetzt schon auf der hüpft die ganze Zeit hier weg Ja Du bist doch mehr als fertig Warte mal ich glaube ich hab auch ein Bomberang ne? Mh Na komm wir haben dir noch nicht mal ein Leben abgezahlt Kann nicht sein Da Tschüss Tschüss Kreis Na klar ich kauf dir einfach mal ne Was hast du denn gekauft? Ja Ähm Das gehört an mir ich hab mich jetzt angeheuert Komm ab jetzt können wir Navi benutzen Ja was denn? Ich hab wir haben jetzt besiegt Jetzt kommt das zu uns zurück Wer kommt zu uns zurück? Ja der Käpt'n Wummerang Ja ich komm hier nicht raus Ist auch ein schöner Bummerang Der da links rechts jetzt da rechts genau da durch Hier bin ich grad auch durch Da So Jetzt geht's wieder Tschüss Willst du mal mein Fahrzeug da stehen So mein ich wie ein Batman Du kack nur Paskal Die Kackwurst Mh Sooo Ja super mach ich kein Fahrzeug Da stand doch da ist noch irgendwas Das ist ein Terminal da steht doch da Warum renne ich den dran vorbei Oh Ja Du durfte es Ja danke Halt ich fest ich komme Ich überhole dich Ich überhole dich eh Ich überhole dich eh Ich überhole dich eh Ich überhole dich eh Ich hab mich die Stadt aktiviert Ja ich muss erstmal da hinkommen Wenn du die ganze Zeit hier irgendwelche Aktivitäten machst Komm ich nieder an Bäm Oh Da war ich mal auf der Straße Ich hab bestimmt voller wer fette Bußgeld jetzt Wiii Wir können wir nicht ab jetzt hier nicht alles machen Der hat nen Kuchen geklaut der Penner Ja der hat nen Kuchen geklaut den ich jetzt überfahren hab Und der rennt die ganze Zeit mit irgendwelchen Paketen durch die Gegend Hab dich gesehen Ach ja ich kann ja schießen mit meinem Ding Oh Und Tim der Ich hab mir vorbei Ich hab mir vorbeigefahren Ja Na hier ist es doch Hä hier ist es doch noch Meine W fügt hier weiter Jetzt bist du dran vorbeigefahren Der ist ja hier direkt So hier rein jetzt Herrlich Ah tipptopp Ah tipptopp Genau wie Arkham Also kann ich das jetzt endlich ablegen? Ich meine wo wir jetzt andere Proben haben? Ich meine wo wir jetzt andere Proben haben? Wo dieser Kerl hingeht macht er ne Sauerei Er hat hier nicht nur deswegen eingebrochen Oh Oh da ist nicht drüber lauf was grüner Hab ich drüber gemeldet Und da ist neuer Anzug für dich? Ah Da Da Ja Hier aktiviere ich mal für dich Moment Mhm Kannst du mal langsam mal arbeiten? Ist ja Muskelkrämpfe dabei Ja klar ist alles Training Was ist das? Die ganze Wichsen haben wir zu tun Die ganze Wichsen haben wir zu tun Wir fahren Anzug Oh die müssen irgendwas sammeln Müsste diese Reagenzklärer sammeln Loll Hey was war denn? Weiß ich nicht Ähm Du musst hier rein Okay Da ist ja neuer Anzug Du kannst ja hinten hoch anscheinend Ja Meinst du? Da ist etwas Ja Ne Blume Und ohne Ah Hä? Ah ok jetzt dreht der Ding um Ok was jetzt? Ich weiß nicht Ok Oh Oh Deine Mama Dein Vater Bissin Pumuckl So Oh 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 Kein Was Dek幹 So viel wie möglich Geput Mann Mach ich denn gerade? Vom Mach ich darüber Ich mag dass nicht wenn irgendwelche Fumke Sachen hier rum Du hast mein Name gestohlen stohlen und baden soll hier die nämlich jetzt besucht man da rein zu werfen da hinten was du machst ist hier quälerei dafür kannst du anzeige passieren so okay er schon wieder ein bummerang einfach und ja aufbauen dreh nur eine drehung okay so lange bis der hebel abbricht egal ich weiß nicht was bringen soll kann muss ich eher drehen da war kaputt machen so da kannst du gleich was machen hier fahr dazu ich kann mit meinem zug im nächsten mal du musst hast kein schumanzug dann habe ich nicht fängt ja wieder super an ja okay kommt kann man da so habe ich irgendwann vergessen habe wird wo es auf jeden fall stromanzug ich würde mal sagen dass hier wenn man da kommt heraus der strom dazu kann das sein wir werden hier beworfen von irgendwelchen ja klar wenn ihr da oben jetzt geht er sagt man anzug die muss kaputt machen wir dann zu ja nun ja zum kuchen mit schleim elektron zu aktiviert und kaputt kam hoch strom wieso ja jetzt kann ich so technik von heute was ist das hier was soll das was ich hatte hatte mir seit die kaputt kloppen nein ich springe zweimal über das geländer rüber ich sag ja gar nichts mehr hier kann man nicht machen glaube ich aber hier kann man drehen das ding gefällt mir schon wieder das glitzert ich bin ein rabel ne eine elster was ist das hier für ein ding weiß ich nicht da musst du wieder rein oh da kommen wir natürlich wieder clowns raus küsse alleine gewandt ne ja und da oben können wir auch rein ich geh jetzt hier unten rein und dass man heute da rein da oben das mal eine gute idee war hier rein zu gehen kann ich ja jetzt hier oben irgendwie das dinge an mir sehen da kannst du mich da hoch was kann ich wenn du da wieder rein durch das tor kommen wir nicht raus doch da ja jetzt will ich aber woanders sind das platz vielleicht egal ja da alles einfach nur kaputt geht super dass mich wieder zu dir holen kannst du bist du ja ich muss gucken wie ich jetzt hier rüber kommen da kaputt sprechen da kaputt machen hier ist erstmal so ein ding da kannst du kaputt machen da das sprühen steht dahin wird kein wasser weg von der maschine gerade du bist ein elektro magnetanzug bekommst du dann höchstwahrscheinlich kann sich irgendwo wasser her holen wieder da reingehen wieder da war ich ja gerade drin seitdem ist das war ja wasser weg hier oben ja dann verbraucht ein magnetanzug du fisch ach jetzt kann ich ja wahrscheinlich durchspringen ja du fisch zu müssen für stelle weil sie fische du bist du schon vor Ort ja du bist es für die ganze Zeit von zauern schießt und dran pinkelt so wirklich mal hier weil ich habe der nächste da ist das neue 50 da oben um der fischkopf da kann ich ja warte hier die kannst du rein glaube ich wasser auftanken ha du fisch du bist ein fisch er hat doch nicht mit dir zu tun deswegen ist ja der fisch und du filmst deine noten lang das sieht eigentlich mehr aussieht auch anzug oder aktiviert ja es reicht doch schon und hier kannst du jetzt das maget bewegen weg einfach nur du machst grad die rotflüssigkeit ne ja du holst du da raus und dann deaktiviert du das toll kein strom mehr komm mach selber da musst du wieder machen runterziehen musst du das mit magneten der strahl hast du nicht sagt hat er schon wieder aufbogen sooo sehr provisorisch ja ich war aber nicht fertig wir sind handwerker wir machen fertig da ja Hardy so das dort einen komischen ich nicht dir aber hier der warte ist das zugleich ja ja